Hey zusammen, ich bin das Marypiece Fan und heute gibt es mal wieder ein schweizerdeutsches Video von mir. Denn heute geht es auf ganz besondere Mission. Wie immer aber zuerst für meine englischen Zuschauer, die können wie gewohnt englische Untertitel aktivieren. Wenn ihr das von einem mobilen Gerät ausmacht, dann findet ihr die Einsteigung, um das zu aktivieren oben. Wenn ihr von einem PC oder Laptop aussehen, dann findet ihr das unten. Und ja, was passiert heute genau? Ich gehe einen sogenannten Escape Room spielen. Für die, die meine letzten Videos gesehen haben, die wissen sicher schon, was das ist und wieso, dass ich das so cool finde. Für die, die es noch nicht gesehen haben, kann ich die Videos natürlich gerne in der Videobeschreibung verlinken. Und nochmal ganz kurz zusammengefasst. Escape Rooms sind wie so Rätselräume, wo man reingeht und alle Rätsel dort drin muss finden, kombinieren und lösen, um mal aus diesem Raum wieder rauszukommen. Meistens hat man dabei noch eine Zeitlimite, die man einhalten muss, damit man das dann alles geschafft betrachten kann. Und heute geht es auf Zürich, genauer gesagt ins Novotel Zürich City West. Weil dort gibt es ein ganz besonderes Hotelzimmer namens Room 67. Das soll ein Hotelzimmer im Retro-Look sein und es soll dort nicht ganz immer mit rechten Dingen zugehen. Und wir gehen heute das Mysterium versuchen zu lösen. Mit mir meine ich, dass man Escape Room sehr schlecht alleine spielen kann. Darum gehe ich jetzt ein paar von meinen Kollegen einsammeln und dann gehen wir ab auf Zürich. So, wir sind jetzt gleich im Novotel Ajo hier in Zürich und wir haben schon die Spielanleitung bekommen. Und wir sind alle gespannt und aufgelegt, was uns jetzt in diesem Hotelzimmer genau erwartet. Und ja, ich wünsche euch viel Spass dabei beim Zulegen. Drieger! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh. So, wir haben jetzt tatsächlich aus dem Room 67 herausgedeckt. Und zwar noch mit 3 Minuten übrig, von 60 Minuten, weil wir maximal Zeit haben. Es war also mega knapp, mega viel Knifflige Ideen, die wir gelöst haben. Es hat absolut Spass gemacht. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich schon den einen oder anderen Escape Room gemacht. Und wenn ich es so mit denen vergleichen, muss ich sagen, dass es wirklich mega cool eingerichtet ist. Es ist so wie ein Retro-Hotel eigentlich und es gibt noch die eine oder andere Überraschung, die ich vielleicht erwarte. Der einzigartige Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass es zwei Sachen gab, die leider schon offen waren, obwohl man sie zuerst noch aufschliessen musste. Dort ging auch bei der Vorbereitung etwas schief. Es hat aber gar nicht weiter gestört. Und wenn ihr euch jetzt auch mal in das mysteriöse Hotelzimmer in der Room 67 wagt, dann könnt ihr auf www.zürichescape.ch gehen und dort könnt ihr euch ein Spiel online buchen. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bei Zürich Escape bedanken für diese coole Kooperation. Es ist absolut nicht selbstverständlich, dass ein Escape Room uns filmen lässt, weil in einem Escape Room ist normalerweise absolutes Filmverbot. Also ein grosses Messe, dass wir das haben dürfen. Ich möchte auch sagen, dass ich für diese Kooperation absolut kein Geld bekomme und einfach auch Escape Rooms mega gerne für meinen Kanal zeigen würde. Ich möchte auch sagen, dass meine Meinung, also wie ich das Spiel finde, absolut meine eigene Meinung bleibt und die lässt sich natürlich nicht erkaufen lassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinn, I'm Smiley, Peace, Van. Bye!